Chris in Episode 3 ist der Dieter Pollen der Politik und ich bin sehr froh, dass Arthur Ortens diese Rolle vernommen hat. Du wirst den Leuten zeigen, was lang geht und was an politischen Programmen tatsächlich gefragt ist. Vielen Dank, dass du mit dabei bist. Gerne. Aber meine Frage, du kennst das Gesamtprojekt No-Budget-Produktion, bist so wie die anderen auch Vollprofi. Warum tust du das an? Ja, warum tue ich mir das an? Also erstens einmal, ich habe deinen ersten Film jetzt gesehen, also da war das Best-Tools und war wirklich, wirklich sehr angetan. So habe ich auch schon gesagt, wie genial dieser Schwachsinn ist und nachdem da auch schon sehr viele Kollegen von mir mitspielen, die ich kenne und du dann an mich herangetreten bist, habe ich gesagt, ja, natürlich, das mache ich. Also bei so einem verrückten Projekt will ich dabei sein und ich glaube, das wird ein Riesenspaß werden auch wieder. Das hoffe ich. Wir werden es im Herbst dann sehen. Ja.